Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Jawohl und da sind wir auch schon wieder und zwar heute mit einem Thema, insbesondere mit einer Entwicklungsphase, die auch für autistische Menschen relativ wichtig ist und ja tatsächlich aber auch sehr kompliziert, nämlich die Pubertät und mit der werden wir uns heute beschäftigen. Das heißt, wir gucken, wo sind die Besonderheiten für autistische Menschen in dieser Zeit und ja, welche Merkmale gibt es dort. Wir werden uns über mögliche Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen unterhalten und ja, erstmal starten wir hier einfach mal so in das Thema rein. Also ja, in dieser Folge werden wir uns mit den besonderen Merkmalen dieser neurobiologischen Entwicklungsstörung während der Pubertät auseinandersetzen. Ja und während dieser Phase können sich die besonderen Merkmale von autistischen Menschen verstärken oder auf neue Weise zum Ausdruck kommen. Ein Beispiel für hier ist die Schwierigkeit, soziale Interaktion zu verstehen und ja, adäquat darauf zu reagieren. Ein autistischer Jugendlicher könnte sich während dieser Zeit isoliert fühlen, da der Schwierigkeiten hat, die komplexen sozialen Dynamiken und nonverbalen Hinweise seiner Altersgenossinnen zu erfassen. Das ist alles ein ziemlich komplexes Thema. Ja, ebenfalls könnte es sein, dass in dieser Zeit, also gerade auch durch die Isolation, die Beschäftigung mit den Spezialinteressen, den besonderen Interessensbereichen intensiviert wird. Also können während der Pubertät besondere Interessen, ja, intensiver verfolgt werden oder es könnte dazu führen, dass diese total übermäßig auch bearbeitet werden. Und hier können zum Beispiel Jugendliche eine tiefe Leidenschaft für bestimmte Fachgebiete entwickeln und sich darin komplett verlieren, sodass sie dann den Großteil ihrer Zeit auch mit verbringen. Ja, und was halt diese Phase auch besonders komplex und gefährlich auch in bestimmten Bereichen macht, nämlich gerade was die psychische Gesundheit von autistischen Jugendlichen angeht, sind die Begleiterkrankungen, die halt hier entstehen können. Also könnte man sagen, dass Autismus oft auch hier in dieser Phase insbesondere mit dem Risiko verbunden ist, solche zu entwickeln. Während der Pubertät steigt das Risiko deutlich an. Eine häufige Begleiterkrankung hierfür wäre zum Beispiel eine depressive Störung. Die hormonellen Veränderungen und die Herausforderungen in Bezug auf soziale Interaktionen können hier durchaus zu einem erhöhten Risiko von Depressionen führen oder für Depressionen. Und das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel die Verarbeitung oder die Versorgung mit Dopamin nicht mehr stark genug ist. Das heißt, dass einfach auch das innere Belohnungssystem, mit dem autistische Menschen ja grundsätzlich, also neurobiologisch ihre Problemchen haben, noch weiter runterfährt und dann einfach auch viele Dinge nicht mehr positiv wahrgenommen werden können. Und das halt aus hormoneller Begründung. Und ja, das ist dann perfekter Nährboden tatsächlich für depressive Verstimmung und das ist, was man auf jeden Fall beachten müsste und was auch weiterhin eine ziemlich große Gefahr ist, ist die in dieser Zeit zum Beispiel eine Angststörung zu entwickeln. Und durch diese Änderungen und Verunsicherheiten oder Unsicherheiten in der Pubertät, die ja eigentlich auch jede jugendliche Person hat, kann das dann zu einer höheren Empfindlichkeit für Stress zum Beispiel führen. Und ja, hier kann es sein, dass dann einfach auch die funktionalen Bewältigungsstrategien noch nicht so weit entwickelt ist und also noch nicht so weit entwickelt sind und es dann schwierig wird, diesen Stresssituationen adäquat zu reagieren. Und eine ganz, ganz im Vordergrund stehende Phobie hier könnte zum Beispiel auch die soziale Phobie sein. Denn die gehört ja zu den Angststörungen und gerade in einer Zeit des Wandels wie der Pubertät kommt es zu sozialen Herausforderungen natürlich für jeden Jugendlichen. Und für Jugendliche mit Autismus ist die Herausforderung durchaus komplexer. Soziale Interaktion und das Verständnis von sozialen Normen können verwirrend und überwältigend sein. Autistische Jugendliche können ja Schwierigkeiten haben, Freundschaften aufzubauen oder sich in sozialen Gruppen zurechtzufinden. Und das kann dazu führen, dass sie sich einfach unwohl und ängstlich fühlen in der Interaktion mit anderen Menschen. Und das kann sich dann tatsächlich immer weiter intensivieren, bis eventuell daraus eine soziale Phobie erwachsen kann. Und das würde dann wiederum nochmal die ja grundsätzlich ja schon sehr gefährdende Voraussetzung für eine soziale Isolation noch einmal erhöhen. Ja und das hat ganz viele Nebeneffekte, die vor allen Dingen auch so auf das Selbstwertgefühl und die Selbstwahrnehmung sehr stark Einfluss haben. Ja und hier entwickelt sich halt in der Pubertät bei vielen Jugendlichen ja die Orientierung an den Peergroups. Das heißt, dass grundsätzlich erstmal die Eltern nicht mehr das Norm plus Ultra sind, also es werden nicht mehr Wert und Norm blind von den Eltern übernommen, sondern es wird eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Und in dieser Phase der Pubertät ist die Orientierung halt am Freundeskreis viel stärker und man orientiert sich an deren Wertesystem und nicht mehr an dem, das einem die Eltern so mitgegeben haben, um eine eigenständige Sicht auf die Welt quasi zu entwickeln. Und dafür braucht man natürlich dann auch solche Peergroups und hier merken autistische Jugendliche oft, dass sie ja abgehängt werden, also plötzlich nicht mehr diese Peergroups und Freundeskreise zur Verfügung haben, wenn sie die vorher schon hatten, kann ja durchaus sein. Weil halt alle sehr stark auf Veränderung fixiert sind und das für autistische Menschen ja grundsätzlich auch nicht immer so erstrebenswert ist und dementsprechend kann es hier zu einer, ja sagen wir mal Schlucht zwischen den bisherigen sozialen Bezugspersonen und dem autistischen jugendlichen Menschen dann führen. Ja, gar nicht so einfach die Geschichte. Ja und was auch durchaus verstärkt werden kann, sind hier die Kommunikationsprobleme, die Sprache verändert sich ja durchaus auch, also noch weiter, die ist ja schon so sehr komplex zu verstehen für autistische Menschen. Und ja, hier ist es dann halt so, dass autistische Menschen auch durchaus hier nochmal gesondert Probleme damit haben, Gefühle und Gedanken auszudrücken und ihre Emotionen vielleicht zu regulieren. Und das kann schnell auch mal so im Austausch mit anderen Jugendlichen zu Missverständnissen oder Konflikten oder für die betroffene Person selber jetzt zur Frustration fühlen. Also das gilt für alle Lebensbereiche, Schule, Freizeit und wie gesagt auch das Familienleben durchaus. Und in dieser Zeit ist es halt wichtig und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass Jugendliche mit Autismus während der Pubertät angemessen unterstützt und angenommen werden. Und hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel die sozialen Fähigkeiten, vielleicht ein bisschen reflektieren oder vielleicht auch so strategische Sachen anzubieten auf professioneller Ebene, wie zum Beispiel ein soziales Kompetenztraining. Das wäre eine Möglichkeit und ganz wichtig ist es einfach, den autistischen Jugendlichen auch zuzuhören und sich deren Sorgen und Ängste auch mal anzunehmen. Und vielleicht einmal daraus ein bisschen Verständnis entwickeln und dann könnte man vielleicht auch mal auf die Idee kommen, diese Menschen einfach in die Peer-Systeme zu inkludieren oder zu integrieren, könnte man auch sagen. Und das heißt einfach mal besonders darauf achten, dass man auf gar keinen Fall vergisst, dann auch seine MitschülerInnen mit Autismus einzubeziehen. Denn das geht halt relativ schnell mal verloren, wenn man sich nicht bewusst dahinter klemmt. Und deswegen ist es auch für die Eltern wichtig, dass sie sehr viel reflektieren und Unterstützung leisten und auch über bestimmte Situationen aufklären, warum jetzt plötzlich alle Freunde so komisch sind. Das sind durchaus Dinge, die thematisiert und besprochen werden müssen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass von großer Bedeutung ist, dass wir als Gesellschaft das Bewusstsein für die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen von Jugendlichen mit Autismus während der Pubertät etwas schärfen. Also da deutlich auch das Thematisieren und darüber sprechen. Durch gezielte Unterstützung, frühzeitige Intervention und eine inklusive Umgebung könnte man Jugendlichen sehr stark helfen, ihr Potenzial zu entfalten und dann natürlich auch ein erfülltes Leben zu führen. Mit diesem Anreiz lasse ich euch für heute mal allein. So und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.